was geht ab was geht ab ich bin gerade hier mit meinem vater mit babo baba heute fahren wir so jumphalle diese jumphalle wo man immer springen kann ich bin schon so aufgeregt und hier ist was geht ab was geht ab was geht ab dann sind wir gerade mit sena unterwegs wir gehen zum jumphalle dann zeige ich euch später wie ich eine rolle mache ja woher sieht es aus wirst du warum ich mich freue assalamu alaikum bruder ich gebe euch zähne ab weil ich bin gerade am autofahren die kamer richtig nein ich will nicht mehr Der hat es bei mir Noch was geht ab, was geht ab Sena, wala du bist nicht witzig Das war ein Ibu Was geht ab, was geht ab, was geht ab, wie geht es euch? Ich bin auf dem Weg mit Sena unterwegs Die ist auf jeden Fall KMN, Chippa Chips Fans Nein, warum? Mach mal in Schattenboxen Ja, was geht ab, was geht ab, ich grüße an alle Auf jeden Fall Ich hatte nie was mit Drogen Gib mal her, gib mal her Ich weiß, ich weiß Ich weiß, ich weiß genau Deswegen hilf ich dir So, nochmal an die ganzen Haters Dass sie ein bisschen gerade Schress schreiben Und ich nutze die Information Ich bin gerade mit meiner Tochter, der gerade so ein bisschen Müll redet Und Scheiße schreibt Passt auf einfach Ich habe eine gewisse Respekt Hier durchgefickten Jo, Jo, Jo Okay Jo, Jo ... Jo, Jossef Amairat Meine Tochter sitzt neben mir ich will sich nicht beschimpfen egal was geht ab was geht ab was geht ab die kleine sitzt neben mir kein problem und dann lassen wir unseren tag genießen oder so sieht es aus grüße dich bonica die sonne scheint vögel zwitschern grüße nach kassel grüße auf jeden fall ach lass sie bruder das sind alles nur fake 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 das stört mir letztlich wirklich hinter dem pc sind alle rambos im echt sind die welt ganz anders aus auf jeden fall grüße nach mc bilal von mir zu dir grüße nach offenbach auf jeden fall grüße zurück zainab hier hat er keine ahnung was schreibt es ist langweilig warum was tust hier schatz was denn mal von hinten mal von hinten mal von hinten schrei dich ab und dann nehme ich ja jalla ja ich weiß es macht dir spaß das lenkrad du fährst super das ist gut guter fahrer was geht ab die polizei hat die gerufen abu zufyan habib akhal wie geht's achmad achmad kapel der legendär alles gebroletz okay 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 Ja, ich kann euch jetzt leider keine Fragen beantworten oder jetzt scrollen, weil ich gerade fahre. Auf jeden Fall, ich grüße euch. Das Leben geht weiter. Oder Sena? Warum geht es da um zu kommen? Ja, es dauert ein bisschen, Schatz. Ist ja nicht um die Ecke. Ich habe kein Geduld. Okay, auf jeden Fall, ich verabschiede mich jetzt hier vor Ort. Was ist meine Rolle? Was ist meine Rolle? Säler macht nachher eine Rolle auf Jumping und ja, so, ich verabschiede mich und ihr habt Glück, dass meine Tochter dann neben mir ist. Egal, gewisser Respekt ist da. Ja, für euch. Was denn mal? Ja, Schatz, du bist neben mir. Manchmal gibt es Wörter, die kann ich euch hier vor Ort sagen. Ich meine, das hier genau so sieht es aus. Ja, Schatz. Das ist sowas, was nicht schlecht ist, ja. Genau so sieht es aus. Okay, auf jeden Fall, ich verabschiede mich. Sado, ich komme nachher zu dir. Ja, ja, mach bloß den Urlaub. Okay, so hab ich mich. Miss nachher. Yes, yallah, ciao, ciao. Otter Tag.